Alle guten Dinge sind nicht zwei, sondern drei. Deswegen machen wir drei Videos hier vom Hoover Dam. Wir waren schon ganz früh da, haben uns den Sonnenaufgang angeschaut und es ist noch total leer, kein Mensch zu sehen und zu hören. Ja und wir kompletieren hier langsam unsere kleine Serie zum Thema Heliotherapie, die biopositiven Effekte der Sonne. Professor Jörg Spitz hat auf NTV verkündet, dass Sonne dafür zuständig ist, den Blutdruck zu senken und überhöhter Blutdruck kann zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen, natürlich auch zu anderen Krankheiten. Also haben Sie keine Angst vor der Sonne, machen Sie das hauttypengerecht und maßvoll. Achten Sie darauf, dass Sie keinen Sonnenbrand bekommen und unbedingt die Augen schützen, dann ist Sonne Leben. Mehr zu dieser Information und zu vielen anderen Studien rund um die Welt finden Sie auf bluehawaii.de. Natürlich auch die Informationen zu unserer auf heiliger Erde Mauis gesegneten und 100% veganen Pflegeserie von bluehawaii. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut, Ihr Claudius Fabich. Hängen los. Tschüss.